Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Akira dran, eine 13 Schuss in 30 mm Kaliber Batterie mit 325 Gramm LGM. Sie hat übrigens auch eine Reservezündschnur, diese befindet sich auch oben auf der Batterie und diese Batterie kostet zwischen 5, 10 und 18 Euro, je nachdem wo ihr sie kauft. Also, bis gleich draußen zur Zündung. Noch ein Stückchen weiter weg, wenn wir alles drauf kriegen, der Wind ist nicht schön. Ja, ich denke mal durch den Wind hat es sich jetzt ein bisschen zerstreut, aber trotzdem eine sehr schöne Batterie, muss ich sagen. Ja, ich denke mal durch den Wind hat es sich jetzt ein bisschen zerstört.